Willkommen zur ersten Ausgabe der Crank Show und ich hab mein Text hier, warte mal, ich muss mal von vorne anfangen, bitte. Willkommen zu unserer Crank Show, nein, das war die erste Show, ne? Hier kommt mein Cocktail zum Film Quilalala, Scheiße. Und denkt dran, abonniert die Scheiße, das war Scheiße. Der Mega-Monster-Barkeeper Danny, denn er hat für uns Scheiße. Ich hab auf dich geguckt. Danny, unser Barkeeper, der bastelt zum Allner und fick dich doch, Mensch, oh Scheiße. Hier kommt mein Cocktail zum Film Killer Bodyguard. Killer Bodyguard ist auch ein geiler Film, den kenn ich, der läuft im Dunkeln. Ich sag ja, das kannst du nicht mehr tricksen. Toll. Langweiliger habe ich es jetzt gerade nicht hingekriegt.